ich bin halt gespannt war die ersten treppen auftauchen bis jetzt ist es ja relativ ruhig muss ich ehrlich zu geben dabei haben wir schon ein paar oberwelt gebiete überfallen einfach mal direkt in die gegnerische werkstatt rein und fukte für selten töten wer ist das die köpfe schon oh mein der ja Okay, eine Sidequest. Ich kann die drei Rattenmenschen hier töten. Was ja nicht so das Problem ist. Weil das sind drei Rattenmenschen und ich habe die Überlegung übermacht. Oh, das sind ein paar mehr Rattenmenschen. Naja, wir fübeln sich trotzdem. Wow, ich hätte jetzt fast die Mitteilung überlesen, dass neue Leitern aufgetaucht sind. Das ist nämlich nicht so gut. Neue Leitern bedeuten bald kommen Helden. So, was haben wir jetzt dafür gekriegt, dass wir ihr geholfen haben? Das habe ich nicht genau mitgekriegt. Ah, Gold. Dann wandeln wir mal wieder was um. So. Und so. Gut. Hier haben wir gleich einen Durchbruch. Sehr schön. Dann sammeln wir mal alle Trupps wieder in der Mitte. Und jetzt will ich ein paar Wandfallen installieren. Gucken wir mal, was für Wandfallen haben wir denn jetzt? Feuerbälle. Verschießt ein Feuerball, der innerhalb eines Radius von 3,50 m Schaden verursacht. Durchdringt die Einheit für 100, 1500 Schadenspunkte mit Pfeilen und lässt sie bluten. Autsch. Das ist auch mies. Ähm. Ich weiß schon, eine Wandfalle. Die können wir hier platzieren oder hier so in einem langen Gang. Das ist auch gemein. Da hätten wir hier um die Ecke graben müssen, aber ich denke mal so geht es auch. So. Hier eine Wandfalle und da noch eine Wandfalle. Dann ist der Gang mal tödlichst gespickt. Sehr schön. Ähm. Ja, weil noch mehr fallen. Und jetzt kriegen wir alle 90 Sekunden Pilze oder Materialien. Sehr schön. Wobei es jetzt mal wahrscheinlich an der Zeit wäre, eine zweite Vorratskammer zu bauen. Dafür muss ich nur 30 Pilze, muss ich nur 10 Materialien bekommen. Äh. Ja, nehmen wir das, auch wenn es teurer ist. Aber damit könnte ich dann hier. Oder kann ich auch hier. Nein, hier reicht der Platz leider nicht. Hier würde er reichen. Oder halt hier oben. Ne, ich denke mal hier ist besser. So, da haben sie einen kürzeren Weg zum Materialhort und sind immer noch jenseits des Fallengangs, die ich da aufgebaut habe. So. Ich schicke mal Leute zum Essen. Wie gesagt, ihr könnt mir auch überlegen, jetzt noch eine zweite Küche zu bauen. Hierher. Aber ich denke mal, bei drei Squats geht das noch mit Essen. Und hey, Punkte für eine Hexenmeisterin oder Rüstungsteile. Oder ich spare mir die Punkte noch für den Schreckensfürsten. Auch ich glaube, ich spare mir erstmal die Punkte für den Schreckensfürsten. Das habe ich denn noch alles, was ich freischalten kann. Kostenlose Einheiten. Dafür muss ich wieder mehr Minions in meine. Ähm. Wo ist Baal gerade? Ach, da ist Baal. So, ihr geht essen. Der Arbeiter geht zocken. Aber wer das komisch klingt. Und der Arbeiter geht auch zocken. Man sieht sogar, wie viel gefüllt werden kann. Also ich kann. Fünf Arbeiter hier, so wie es aussieht reinpacken. Und kriegt dadurch kostenlose Einheiten. Ist ja sehr schick eigentlich. So, ihr geht auch noch essen. Und dann müssen wir hier runter und hier durch. Yay. So, Stufe 3 Einheit wird ein bisschen schwieriger. Genau wie die Sachen hier. Einheiten ausrüsten. Das ist eher einfach. Du hast vier verschiedene Waffen und Rüstungen auf. Fallen bauen. Naja, verschiedene, noch zwei verschiedene Fallen installieren. Das wäre eher machbar. Graben. Verschiedene Räume eher nicht. Noch ein Überfall wäre möglich. Wobei wir im Augenblick genug Materialien haben. Muss nur immer dran denken Pilz umzuwandeln. Für euch geht es jetzt erstmal hier runter. Ich werde hier oben kostenlose Einheiten machen. Ein Priester. Wait. Ich sollte auf jeden Fall immer mal wieder hier oben rein gucken. Du solltest trainieren gehen. Was so alles gemacht wurde. Und nein, ich grabe hier nie. Keine Abkürzung tue ich. Das wäre bescheuert. So. Genau. Wir lieben es zu schlachten. Beziehungsweise wir essen, schlachten, essen, schlachten. Und wir sind in den, im Palast angekommen. Oh, ihr seht ja böse aus. Wow. So. Wir gehören auch nicht gerade zur netten Sorte hier. Dieser Geld wird die Flammenwerfer einhalten. Aber er macht schon mal gute XP. So, ich muss da oben irgendwie hinkommen. Und mich dabei durch die Zwergenmeuten nutzen. Oh, da sind noch mehr. Los. Tönen sie alle. So, uns fehlt noch ein Punkt, den wir da irgendwie besorgen können. Held extrahiert. So weit sind wir leider auch noch nicht. Das ist nämlich nachher die Möglichkeit, um an diese Punkte weiterzukommen. Ah, aber wir brauchen nur noch einen Helden, dann kriegen wir eh. Weiteres Level Up. Einen weiteren Punkt. Genau. Also her mit dem hier. Und wenn wir noch einen Punkt wollen. Wow. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Die wurden ordentlich dezidiert. Und hier ist gerade was aufgegangen. Will ich wissen, was da drin ist. Wer mir das schon so nett angezeigt wird. Ja. 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 Leitern sind nicht so gut. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Leitern weg und tun uns mal wieder reorganisieren. Okay, wir müssen ein Haustier retten. Und hier können wir Viecher freilassen, ne? Ist ja schön. Aber erst einmal Rüstungs-Upgrade. So. Und da müssen wir mal gucken können, was haben wir hier für nette Truppen. Gehört ihr beide mir? Ja. Gehört ihr? Ja. Ah, lasst mich raten. Ich kann euch jetzt hier oben rufen, oder? Nein, kann ich nicht. Mist. Ich sollte aber erstmal meine Truppen wieder sammeln. rein. Und die beiden. Hm. Die ziehe ich mal in den Truppen. Trupp 3. Portia auch mal erst hierher. Gut. Alle Truppen da, keine Leitern, keine Helden. Ähm. Ich verstehe es irgendwie nicht. Warum kommen keine Helden in meinen Dungeon? In der Demo sind da immer zig Nutzend Helden gekommen. Oh. Ich verstehe es nicht so recht. Weil eigentlich müsste mein Dungeon Helden anziehen. Ja. Eigentlich schon. Wir haben auch genug Gold für sowas und so. So. Jetzt gucken wir aber erstmal. Hier ein Priester rein. Den nach da oben. Die nach da. Und ihr geht trainieren. Weil ihr seid halt Stufe 3 schon. Oh. Und das Quad kann auch nur Stufe 3 erreichen. so. Die trainieren. Dann ist das mein erstes gemischtes Squad. Ich hätte eigentlich auch gerne noch hier und hier gemischtes Squads. Aber das geht ja wohl nicht so. Einfach. So. Jetzt müsst ihr noch trainieren. Äh. Achso. Der war da oben. Im Spiel Casino. Kann ich eigentlich. Ah ne. Ich kann ihn. Obwohl doch. Ich kann sie hier rüber. Zum Training schicken. Muss ich immer mal wieder reingucken. Ob ich nicht Truppen habe. Die trainieren müssen. Äh. Das war falsch. Jetzt muss ich alles zum Essen schicken. Und dann können wir sie wieder hier rein porten. Das Ding hier frei machen. Und dann weiter. Im Programm. Trubstufenaufstieg. Auch sehr schön.